Also Leute, wir suchen heute ganz einfache Begriffe, ganz einfache Begriffe. Die kenne sogar ich, also die meisten. Und zwar andere Wörter für Betrügen. Für jede richtige Antwort gibt's Kohle von mir. So einfach ist das. 2000 Euro sicher. Nein, dich. Wer ist denn da? Reinhold. Hallo Reinhold, hier ist der Jürgen. Rufst du öfter bei uns an? Bei euch? Nee, das ist doch alles Betrug. Ich bin halt bescheuert. Reinhold, weißt du was? Bleibt mal in der Leitung, wo du kommst trotzdem mit ihr schenken, einen neuen Live-Güttasche. So, Anrufe, Herrschaften. Leute, jetzt passt mal auf. Wenn jetzt keiner anruft, schieß ich mir ins Bein. Ehrlich, ich mach ernst. Das ist doch so einfach, Leute. Hier, andere Wörter für Betrügen. Kommt jetzt, ruft an. Oder ich schieß mir ins Bein. Hier und jetzt. Hiermit. Regie, immer noch keine Anrufer? Nee, Jürgen, bis jetzt nicht. Okay, dann muss ich wohl. Andere Wörter für Betrügen. Los, komm. Hallo, wer ist in der Leitung? Almut. Wie? Almut. Das ist doch kein Name. Almut. Ist das Chinesisch für Armut? Also, Almut, ein anderes Wort für Betrügen. Was? Ein anderes Wort für Betrügen, bitte. Neun Live! Hey, Almut, super. Neun Live ist natürlich richtig. So, und wir starten gleich wieder ein. Und wenn jetzt keiner anruft, dann schieß ich mir in den Kopf. Auf fünf, vier, drei.